Sooo, meine Krieger und Kriegerinnen, herzlich willkommen zurück bei Conarium. Ich bin's, euer Odin, und ja, wir sind hier immer noch in dieser, ja, Vergangenheitsvision. Ich weiß nicht ganz, wie ich's nennen soll, und hier haben wir noch ein Rätsel vor uns. Dafür muss ich jetzt als... Allererstes Mal das Schornal öffnen, was schon mal nicht geht. Beruhigend. Schauen wir uns das Gerät mal an. Hier haben wir auf einmal diese... Leuchten? Na, das wollte ich nicht. Ah ja, okay. Ach, was mach ich denn? So. Hä, wieso das? Oh, jeder. Ich verdrück mich die ganze Zeit. Ätzend. Ist es dein Ernst? Okay. Achso, kann man das auch machen. Naja, das ist natürlich angenehmer. Gut. Ja, wir müssen da vermutlich dieses Sternenbild nachzeichnen und ich... Nee, den Onkel brauchen wir grad nicht. Wieso können wir das Schornal nicht öffnen? Wieso können wir das Schornal nicht öffnen? Hä? Haben wir da irgendwas umgestellt? Anpassen. Taschenlampe. Ausrüstung? Nee, ja. Tagebuch. Ist schon alles beim Alten, aber... Wieso dürfen wir das nicht öffnen? Wir haben doch extra eine Aufzeichnung... ...in unserem Tagebuch. Nee, es geht nicht. Vielleicht, weil wir grad in der Vergangenheit sind, aber ich mein... Da, das hier brauchen wir. Haben wir doch irgendwas abgezeichnet? Das ist... Nee. Können machen, was wir wollen. Huh. Strange. Haben wir irgendwas im Inventar? Was uns helfen könnte? Nur ne Taschenlampe. Ansonsten nichts. Ich bin grad... Ein wenig überfragt, um ehrlich zu sein. Das leuchtet ja quasi immer. Wie weit können wir... Wie weit können wir denn raus? Kannst du das mal so ein bisschen markieren, dass wir... So. Auf jeden Fall muss alles leuchten. Und schätzungsweise miteinander verbunden sein. Und schätzungsweise miteinander verbunden sein. Ich versteh's nicht ganz. Ich versteh's nicht ganz. Ich bin grad überfragt. Eigentlich würde ich gern... Meine Zeichnung zur Hand nehmen, aber es geht nicht. Wir haben uns ja eine Zeichnung. Also wir haben uns ja was... Aufgezeichnet. Ich geh jetzt mal die Tasten durch. Naja, der F ist die Taschenlampe. Hier geht grad auch nicht. Ja, aber ich ging doch gerade noch. Äh, also... Irgendwas ist hier ja grad ganz komisch. Ich bin sogar am überlegen, ob ich das Spiel schnell neu starten soll. Hier haben wir was abgezeichnet. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir kommen leider nicht anders... Aufs Journal. C sind die Trophäen, die wir eingesammelt haben. Ja, schön und gut. Inventar. Aber das Inventar hilft uns nichts. Ganz, ganz komisch gerade. Übersehe ich irgendwas? Ich mein, das wäre jetzt bei Conarium nicht das erste Mal, dass ich mich an einer Stelle ein bisschen dumm anstelle. Ich suche gerade alles nach irgendwelchen weiteren Hinweisen ab. Ja, natürlich. So, jetzt können wir die Axt wieder nehmen. Die konnten wir vorher kurz nicht nehmen. Komisch. Ganz, ganz komisch gerade. Hier unten vielleicht irgendein Hinweis. Irgendein Hinweis. Ein Hinweis. Gib uns einen Hinweis. Erzähl mir doch keinen Scheiß. Wir müssen doch da was nachbilden. Einhundertprozentig. Einhundertprozentig. So, jetzt leuchtet gar nichts mehr. Bin ich bescheuert? Wow. Ah ne, das war die Statue. Puh. Ich dachte kurz, da ist wieder so ein Echsenvieh entlang gelaufen. Siehe ich am Boden irgendwas? Also. Ich habe keinen blassen Schimmer. Das, was ich jetzt mache, ist eher so... Ja, Instinkt. Hat in dem Spiel ja auch schon mal gezogen, aber... Ne. Freunde, ich bin überfragt. Ich bin tatsächlich komplett überfragt. Ich war mir sicher, dass wir hierfür den Journaleintrag brauchen, den wir angelegt haben. Ich kann auf J pressen, wie ich will. Es wird uns nichts angezeigt. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich bin wirklich... Ich liebe Eugel gerade, damit das Spiel einfach neu zu starten, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass da gerade irgendwas nicht stimmt. Ich kann auch nicht viel darauf erkennen, dass es halt das... Kompasszeichnungen, wir können ja auch nichts nehmen, was irgendwie vielleicht einen Hinweis darauf geben könnte. Wieso kommen wir nicht in unser Journal? Kann man nur über J in dieses Journal reinkommen, oder wie? Boah. Also man sieht hier schon, ich weiß nicht, hier. In diesem Kreis sieht man so eine Punktfolge. Aber die können wir meiner Meinung nach überhaupt nicht abbilden. Hier unten ist ja auch nochmal... Ist es die gleiche? Ja, ist die gleiche. Aber die kriegen wir ja so nicht hin. Freunde, ich mache einen kurzen Aufnahmestopp. Ich mache einen kurzen Aufnahmestopp und starte das Spiel neu. Aber wir sehen uns gleich wieder, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, irgendwas stimmt gerade mit dem Game nicht. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass als ich die Aufnahme aufgehört habe, dass ich das Journal nicht benutzen konnte. Ich weiß nicht genau, es ist jetzt einfach ein Versuch. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, bis gleich. Tschüss. Hallihallo zurück bei Cornerium. Und ja, ich habe jetzt das Spiel neu gestartet. Es ändert sich nichts. Ich kann das Journal nicht mehr öffnen. Ich habe keinen Blastenschimmer. Warum? Ich habe jetzt einfach mal in meine alte Aufnahme geguckt, in die letzte, um mir die Zeichnung nochmal anzuschauen. Ich würde sie euch natürlich gerne auch nochmal zeigen, aber ist jetzt leider nicht drin. Also ihr müsst zur Not auch nochmal in die alte Aufnahme gucken. Und jetzt habe ich zumindest eine Idee. Eine Idee, wie man das lösen könnte, das Rätsel. Aber naja. Ja, ich, äh, was ist das hier? Oh! Statue eines Angehörigen einer vormenschlichen Rasse, genannt die Großen Alten. Die Kreatur wird in einer Pose dargestellt, die dem Betrachter vermitteln soll, wie mächtig sie war. Wenn ich sie berühre, überkommt mich ein Gefühl der Fremdhaftigkeit. Sie ist definitiv nicht von dieser Welt. Okay. Die hätten wir übersehen, die Statue. Quasi nochmal Glück im Unglück, dass wir alles durchschauen. Ja, jetzt, ähm... Wie gesagt, ich habe die Zeichnung nochmal angeguckt. Können wir bitte irgendwas anvisieren, damit ich mit den Tasten das regeln kann? So. Der müsste nach... Stopp. Nach unten. Der irgendwie so? Auch nicht. Hä? Vielleicht nach oben? Äh. Äh. Also, ich war mir sicher, dass in der Zeichnung es unten losging. Ach, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen, Freunde. Aber ich meine, wir hatten ja schon mal diesen Fall. Äh, bei der Tür, bei dem Tür-Rätsel. Oh, oh, das soll wahrscheinlich das dritte Auge symbolisieren. Auf der Stirn dieses Priesters, dieses Echsenpriesters. Ach, cool. Was haben wir jetzt hier? Was haben wir jetzt hier? Ein halb verrosteter Metallgegenstand. Ja, was man halt so findet, ne, wenn man solche Ruinen untersucht. Ich garantiere ich übrigens, ich habe nicht irgendwie eine Komplettlösung oder sowas nachgeguckt, sondern, ähm, auch bei der einen Tür. Das, das war einfach reines Ausprobieren. Auch jetzt hier, ich habe mir jetzt gerade die Zeichnung, wie gesagt, nochmal angeguckt in dem vorherigen Let's Play. Und wir waren ja nicht sicher, dass, wenn es eine Lösung gibt, das Teil nach unten gucken muss und der Rest ist halt einfach ausprobieren. Hilft manchmal. Es hilft manchmal einfach, ein bisschen rumzuprobieren. So, was haben wir hier? Ah, eine Schaltfläche. Oh. Ich dachte, dass das jetzt so eine Druckplatte wäre, wo wir uns draufstellen müssen. Okay, es werden verschiedene Punkte auf dieser Karte markiert, was auch immer das für ein Gegenstand ist. Eine altertümliche Disco-Kugel ist es vermutlich nicht. Das ist das hier oben. Das ist die Disco-Kugel. Das ist ein monumentaler Gegenstand. So. Also. Das ist diecoste.